Eine weitere Weltpremiere auf dem Genfer Autosalon 2014 feierte BMW mit einem komplett neuen Modell, dem 2er Active Tourer. Der Edel Compact Van mit Frontantrieb ist 4,34 Meter lang und 1,55 Meter hoch. Speziell an der Front versucht man ein dynamisches, BMW-typisches Aussehen zu geben. Variabilität wird bei diesem Fahrzeug natürlich groß geschrieben. Neben einer elektrisch öffnenden Heckklappe ist etwa auch eine dreiteilige Rückbank, die verschiebbar und in Neigung verstellbar ist, vorhanden. Das Kofferraumvolumen reicht von 468 bis 1510 Liter. Drei Motoren sind zunächst erhältlich. Als Basismotor fungiert dabei ein Dreizylinderbenziner mit 136 PS. Und weiters sind ein Vierzylinderbenziner mit 231 PS und ein Diesel mit 150 PS verfügbar. Markteinführung in Österreich ist September 2014.